Es beginnt die ersten Runde zwischen Cyrus und Bretton Heritage. Wir treffen zwei englische Tiefkampf aneinander. Im Moment ist die Kanzler ausgeglichen. Wir haben die Kanzler ausgeglichen. Wir haben die Kanzler ausgeglichen. Stabilisier kasih 2. Stabilisier. Stabilisier. Stabilisier! 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 Und da haben wir die erste Dänke von Freien zu dürfen. Fertig und Einmal in der Jüngerzahlen haben einen Vorteil, kann ich euch das wieder wegmachen. Die Jüngerzahlen haben die Jüngerzahlen gekämpft und die Jüngerzahlen haben. Kommt! 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 Schwerke Fasschiff zum Körper. Kommt! 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 Und die Freundeskante, das Kräfte ungleichgewicht wieder ausgleichen. Es sind also wieder 3 gegen 3. Sehr gut, dass die Freundeskante gegen da hinzuboten. Es steht also 2 gegen 2. Es ist noch alles auf dem Fallen und herrlich. Kommt! 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 Das war's für heute. Ich bin jetzt für ein fucking Tag. Es bleibt in dem Weg von noch 15 Minuten eine entscheidende Verteidigung. Hier versucht der Kämpfer von Kainus seinem Team zu helfen, so dass er nicht unterdrückt werden kann. Und wenn er sich von Kainus kann nicht befreien, sehr gut. Die Kämpfer und Kainus sind zu zweit. Wenn er einen Kitschiger braucht mit einem Mann, das ist schwer für ihn. Das ist schwer, Schläge mit der Landschaft in Axt und der Bünderung. Das ist einfach, das ist einfach.